Ah, Film schon, ok. Hallo zusammen, hier ist Braschi Schürt vom FC Luzern. Ihr habt mir jetzt gerade erwischt, wie ich auf dem Handy sinnlos rumscrollen war. Ich glaube, jeder kennt es. Wie ihr schon mitbekommen habt, habe ich es mal probiert, in den Ferien zehn Tage auf mein Handy zu verzichten. Ich glaube, das haben wir sehr gut getan. Es hat einmal den Kopf richtig durchgelüftet. Ich konnte die Zeit mit meiner Frau super geniessen. Ich hatte wirklich eine coole Zeit in den Ferien. Probiert es doch auch mal. Es tut sehr gut. Meine Motivation war, einfach mal vom täglichen Stress wegzukommen, mal ein bisschen wieder ruhiger werden, ein bisschen die Ruhe finden. Meldet euch an bei der Flimmerpause von 6. bis 12. Juni. Das ist eine gute Sache. Man kann sogar noch Preise gewinnen, Offline-Preise, zum Beispiel ein Heimspiel hier in unserem schönen Stadion. Macht mit und bis bald. Tschau zusammen.